Seit einem Jahr sind E-Scooter in Deutschland nun zugelassen. Mit Bird, Lime, Boy und Tier gibt es eine Vielzahl an Anbietern. Doch was sagen die Stuttgarter eigentlich zu den innovativen Scootern? Ich finde das Konzept auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß nicht, ich finde die eigentlich gar nicht schlecht, weil du kommst voll schnell von einem Ort zum anderen. Ich finde es in der Mikromobilität eine sehr sinnvolle Ergänzung auf jeden Fall. Also gerade so kurze Strecken damit zurückzulegen ist auf jeden Fall cool. Ich nutze es auch selber häufiger in der Zeit. In Berlin habe ich es häufiger genutzt. Ansonsten ist es auf jeden Fall eine gute Alternative zum Laufen. Etwa 50.000 E-Scooter sind derzeit in Deutschlands Großstädten platziert. Über die Apps der jeweiligen Anbieter ist ein E-Scooter schnell gefunden und man kann ihn mit maximal 20 kmh auf Straßen und Fahrradwegen nutzen. Der anfängliche Hype war riesig, doch wie viel ist davon noch geblieben? Also ich verstehe gar nicht, warum die überhaupt existieren so. Ich finde die ziemlich unnötig und die stehen halt immer nur im Weg rum. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass E-Scooter halt, also ich schon relativ häufig auch gesehen habe, dass die irgendwie kaputt gemacht werden oder so. Oder dass halt manche Leute die einfach irgendwo hinschmeißen oder dass manche Leute mit denen in den Wald fahren zum Beispiel und die dann einfach im Wald stehen lassen. Ja genau, also das ist wahrscheinlich eher so eine Sache, die ja, keine Ahnung, auch von der Konsumentenseite vielleicht teilweise noch ein Problem ist, einfach wie man mit den E-Scootern dann umgeht. Die Innenstädte gleichen einem Slalom-Parcours aus E-Scootern. Viele werden falsch abgestellt, manche sogar einfach hingeschmissen. Ich finde es aber trotzdem, also vom Prinzip her fände ich es sehr cool. Ich habe es persönlich noch nicht gebraucht, vor allem, weil das ja meistens Entfernungen sind, die ich dann lieber zu Fuß eigentlich auch zurücklege. Zum anderen denke ich natürlich auch, dass es halt nicht sein muss, dass man da die 50 Meter da zum Bäcker, wenn man sowieso schon viel zu wenig Sport macht, auch noch mit dem E-Scooter fährt. Neben dem Nutzen der Roller ist der Preis auch ein heiß umkämpftes Thema. Ein Euro Aktivierungsgebühr und 15 bis 25 Cent je nach Anbieter kostet eine Fahrt mit dem Roller. Ich würde das gerne nutzen, aber ich finde, das ist ein bisschen teuer. Ja, das finde ich auch zu teuer, weil zum Beispiel Car2Go kostet ja auch nur, ich glaube, 25 bis 30 Cent pro Minute und dann hat man halt ein Auto und das kann man auch überall eigentlich wieder abstellen. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Also ich habe viele Freifahrten gehabt, damals bei Tier, also es war eigentlich ganz entspannt. Aber es ist in Ordnung, die Preise sind, glaube ich, ganz stabil. Die Meinungen zu E-Scootern gehen weit auseinander. Doch ob sie sich auch in den kommenden Jahren als Mobilitätsalternative durchsetzen können, bleibt abzuwarten. Ich denke, die würden länger bleiben, wenn die ein bisschen günstiger sind. Ja, ich denke eher, es ist nur ein Hype. Ich denke, jeder kommt mit seinem Fahrrad von zu Hause voll klar, wenn man schnell wohin kommen möchte. Und das ist eher eine spontane, lustige Idee, wenn man jetzt irgendwie mal mit Freunden unterwegs ist und man sieht die Scooter und benutzt die halt. Aber ich denke nicht, dass es was wirklich ist, was sich sinnvoll langfristig irgendwie hält. Wenn so diese Hemmschwelle bei Leuten fällt, die die jetzt nicht so benutzen, also vielleicht Leute, die nicht so technikaffin sind, dass das dem hier noch so ein bisschen einen Push halt gibt. Ach, ich glaube, das ist wie mit allem. Das wird auch ein Teil bleiben, ob es jetzt einen großen Boom gibt auf dem Markt oder ob es eher die Nische ist. Das wird sich zeigen müssen. Aber ich glaube, ganz zu schön werden sie nicht so schnell.